In diesem Video wird erklärt, wie man mit flüssigen Liebefeldkulturen und frischer Magermilchbetriebskulturen herstellt. Zuerst muss die rohe Magermilch erhitzt werden. Die Milch wird entweder drucklos in einem Kochtopf erhitzt oder man sterilisiert die Milch unter Überdruck in einem Dampfkochtopf oder Autoklaven. Die Beimpfung sollte an einem hygienischen und trockenen Ort abseits der Produktionsräume erfolgen. Desinfizieren Sie Arbeitsfläche, Instrumente und Hände. Für das Beimpfen wird die Pipette der Flüssigkultur verwendet. Soll die Kultur anschliessend im Wasserbad bebrütet werden, kann die Magermilch kalt beimpft werden. Findet die Bebrütung im Brutschrank statt, muss die Milch 24 Stunden vorgewärmt werden. Schliessen und stürzen Sie die Flasche für eine gute Vermischung. Stellen Sie nun die Flaschen zur Bebrütung ins Wasserbad oder in einen Brutschrank. Zeit und Temperatur entnehmen Sie den Spezifikationen unter liebefeld-kulturen.ch Jede Betriebskultur sollte vor der Verwendung geprüft werden. Kontrollieren Sie, ob die Kultur koaguliert ist, ein normales Aussehen aufweist und frisch säuerlich riecht. Stellen Sie sicher, dass die Kultur den geforderten Säuregrad erreicht hat. Die Betriebskultur kann nun eingesetzt werden. Verwenden Sie die Kultur nach der Bebrütung direkt oder lagern Sie sie bis zur Verwendung maximal 5 Tage im Kühlschrank. Die Vorteile bei der Verwendung von flüssigen Liebefeldkulturen sind rasche Säuerung und damit kürzere Fabrikationszeiten und höhere Lebensmittelsicherheit. Präzise Dosierung, wirtschaftliche Anwendung, denn mit einem Fläschchen können bis zu 10'000 Liter Milch zu Käse verarbeitet werden. Weiter eine grosse mikrobielle Vielfalt und somit ein Beitrag zur Einzigartigkeit von Schweizer Käse. Weitere Informationen zum breiten Kulturensortiment von Agroscope und Bestellmöglichkeit finden Sie unter liebefeld-kulturen.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.